Das muss ich doch der Welt zeigen. Ein super Brot, selbst gebacken bzw. Brotbackautomat, aber das erste nach langer Zeit anscheinend mal wieder richtig toll gelungen. Die feinsten Sachen, Paranüsse, Walnüsse, Kümmel, alles mögliche, schneide ich noch auf gleich. Nach langer Zeit mal wieder richtig herrlich und nicht so hart. Oh, ich freue mich. So, hier habe ich mal aufgereiht, was da so alles drin ist. Hier zwei, drei Vollkorn, Brot, Mehl, Arten und dann hier alles mögliche. Und ich dann nach und nach da rein tue, da in den Brotbackautomaten. Und das hier noch ein Wagnis, erst einmal entsprechende Menge an Dinkelmehl. Soll ja auch ganz gesund sein und hat wunderbar geklappt. So, das dazu. Die beiden Enden. Ein Traum. So schmackhaft wird es gleich sein.